Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Datalive Rio Reincarnation mit Renew Utopia. Und ja, wie gesagt, wir probieren es jetzt einfach mal. Ich habe jetzt noch keine Confirmation in den Kommentaren bekommen, weil ich die Folge, die ich jetzt heute hochgeladen habe, die habe ich auch wirklich gestern erst aufgenommen. Also top aktuelle Datalive-Folgen aktuell. Allerdings waren das jetzt wahrscheinlich die letzten, die nächsten, werden dann wahrscheinlich der vorproduziertes Todes sein. Aber wie gesagt, wir probieren jetzt einfach, ob man nur mit der letzten Decision dann wirklich den schlechten Weg freischaltet, weil es wäre jetzt schon, naja, da muss man halt nicht wirklich alles nochmal spielen, beziehungsweise nicht nochmal durch alles durchskippen, weil es jetzt schon sausinnlos ist, weil ich meine, also ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich sowas nicht wirklich mag, aber ich sehe halt auch den Sinn dahinter nicht, weil ich meine, klar, hier einzelne Entscheidungen verändern danach ein bisschen das Spiel, aber wenn sich am Ende eh kaum bis nicht was ändert, außer du entscheidest dich bei der letzten Entscheidung um, das wäre ja schwachsinnend, alles nochmal zu spielen, um jede Entscheidung abzuhaken. Also da muss ich sagen, da bin ich voll ins dagegen, weil das halt einfach irgendwie a waste of time ist, wenn man ganz ehrlich ist. Yoshino, Yoshino, I'm sorry, could you give me a second? Make it quick, okay? Yeah. Hey, what are you toddling for? Yeah, sorry, it's an emergency situation, we found the enemy's location. Oh! Wait, what? Enemy? It seems like the Neo Tengu Tower was the cause of the barrier. Okay, Neo Tengu Tower, wait a second, what are you talking about? What, Chido, are you already going zeneer? Is something wrong with you? Hmm? Oh, what the fuck's happening, man? Hey, you okay? Yeah, sorry, something really must have been wrong with me, is what you said just now true? Yes, I'm being absolutely serious, you're with Yoshino right now, aren't you? Yeah, sorry, but you need to head towards Neo Tengu Tower with her. That's... Yoshino finally just reunited with Yoshino, asking her to fight all of a sudden is... I don't know what you want to say, Chido, but the only spirit who has powers currently stay with Yoshino, do you understand? Well, it's just a whole fette story here, I understand, but... Yoshino... There's something only I can do, right? Irgendwie kommt mir das gar nicht wie ein schlechtes Ende rüber. For... Whatever... I go... But if only just reunited with Yoshino... You taught me... When someone is in trouble, you need to assist them. Or run away. I see, alright. Alright, it's been a while since we've cut loose. Interessant. Neo Tengu Tower was the enemy's base all along. Yoshino, you sure that's okay? I'm fine, I'm with you too, Chido-san. Thanks, let's go, Yoshino. Oh, lol. Das sah aus wie so... Jetzt kommt der zweite Kamm-A-Fire. You're from my dream. Who are you? Oops. No one desires that ending. No one desires? You should have stayed like this within the happy slumber that I have... ...hoven. Man versteht kein Wort, was sie sagt. Also, ich meine, ich kenne kein Japanisch, aber... What are you saying? Is this person a spirit? It's Rinne. I don't know, but this isn't the first time I've met her. I am the one who controls this world, who rules over this paradise. If you were to refer to me by an identification name, it would be Ruler. Oh, what, shit, die war noch nicht fertig. However, there is no use in... Ja, die Schriftfarbe ist so ja die gleiche. Use in telling you this, for I intend to banish you. Watch out. And he is dead. I see I will teach you just how much of foolish and fragile a being you are. Problem ist, man hört da etwas gar nichts. Man weiß gar nicht, wann die aufhör zu reden, weil man gar nicht weiß, wann die anfängt. Why? Please move, move, Satkiel. It's no good, it's like I'm not in my own body. Yoshino, Yoshino. Leute, das ist wie bei Dragon Ball. Scared. Das braucht man nicht vorlesen. Yoshino, damn it, why? Goodbye, Shiroitsuka. I pray that next time you have a pleasant dream. Wait, what are you on the sense of? Okay, es war vielleicht doch das schlechte Ende. Even though you promised, you said you would only cherish Yoshino? Nee, so sweet, nee. Where am I? This is my room, isn't it? Was it all a dream? It sure seemed real. Wait, but, huh? What kind of dream was it? Oh, well, it was just a dream. I'm sure it's not a big deal. I won't worry about it. But it's too early to get up. I'll go back to bed. Was für ein Scheiß. Lol. Hm, interessant, interessant. Yes. Oh, da hat man jetzt keine Errungenschaft bekommen. Ja, aber warum war das dann jetzt so wichtig? Okay, it's a rifle, du musst doch jetzt nochmal ganz sicher gehen. Muss man das wirklich machen? Interessant. Na ja, gut, das heißt. Hier. Hier müssen wir hin. Das war vor, oh, vor eineinhalb Monaten. Hier müssen wir jetzt nochmal hin. Das war bei Origami. Hier wurden wir auch angerufen. Hey, sorry. Don't give me that look. It'll be quick. Hey, what are you up to? I had to use the ichtropholium to pass through the interference. Oh, ich muss das Fenster wieder hochschieben. Oh, ich muss das mal so schlafen. Oh, my bad. So, what do you want? It's urgent. I found the location of the enemy. The enemy? It appears that Neo-Tengu Tower was the source of the enemy. Okay, ever since we identified, oops, both the monument and the outlet power as keystones, we were able to locate the sentry source of power. Neo-Tengu Tower. Sentry source. Wait a minute, what are you talking about? What? Shido, you're not going to get started now, right? Yeah, don't tell me what you... Ich weiß nicht, ob wir das nochmal lesen sollen, weil es im Endeffekt genau das gleiche. Hier sind jetzt tatsächlich ganz andere Wörter, aber der Sinn ist der gleiche. Davor hat sich gefragt, ob er senil ist. Und jetzt fragt sie ihn, ob seine Gedanken auch von irgendwas, ja, beeinflusst wurden. What's wrong with you? Ups. Ich hasse das. Ich hasse das so sehr, wenn irgendwas so richtig pixellig wird. Das, ich hasse das. Also alles ist nicht so ein Spiel zu tun, sondern ich meine allgemein, das da hinzugucken, das tut so in den Augen weh, das ist richtig eklig. Also das heißt, es tut so weh, aber es ist so richtig unangenehm. Das hasse ich, wenn das irgendjemand macht in Videos oder irgendwo. Das finde ich einfach nur asoziall, Alter. Yeah, are you alright? Damit meine ich nicht irgendwas verpixeln, wo man, also quasi, sondern wirklich sowas verschwimmend, verschwommen, so richtig, wah. Yeah, sorry, something just came over me. Is all of what you said true? Yes, we are in the last build, we have attached to the barrier at the shrine too, which means, these three keystones are powering the barrier. And at the center of this triangle is where the Neo Tengu Tower is located. Located. So that's where this enemy is, the root of all this trouble. I'm sure of it. But why did any of this happen in the first place? What do they want? If you want to know, you'll have to ask them yourself. Hence why I'm calling you. Ist eigentlich mein Speicherstand von dem Spiel der gleiche wie von den anderen Spielen? Also ob man insgesamt nur 100 Speicherplätze nicht, oder? Nein, ich glaube nicht. Ich wollte nur mal nachfragen. Are you currently with Origami Tobiiichi? Yes. Tell her I said fight the enemy. Warum seid ihr die auf dich hört? Die hasst dich. Ich wollte gerade das B-Wort sagen, das ist mir eingefallen. Nein. Hey, I don't want to ask her either, either, but it can't be happened. Spirits including myself aren't fully stable right now. She's the only one who can fight in Tengu City. But, didn't I tell you? I don't want to ask her either, either. Oh, Origami, what is going on? Oh, you see, well, wir werden jetzt beide sterben. Werden wir echt. She's Batman. Vielleicht gibt's hier eine Errungenschaft. So, in order to break the barrier and revert Tengu City to the way things where we need to go to the city and resolve the issue. Origami, I feel terrible for roping you into this. I go. Hey, wait. I don't want you to fight. I know. Huh? I'm not going out of vengeance. This is for you and me. Oops, you and me? That's right, for our future. Sie sagt halt wirklich nur fünf Wörter und ich skipp's trotzdem, ich Idiot. Entschuldigung. Origami. If you still plan to stop me... Oh, es waren es tatsächlich mal sieben Wörter. No, I don't, I'm not against this. You're right. We need to do something about the barrier or there won't be a future to save. Go it. Eh, got it. Then I'm going with you. I can't afford to expose you to danger, but we're not going to defeat the enemy. We're doing this to protect what we love most. Eh, promise. Yeah, it's a promise. Neo Tengu Tower, I can't believe it was the base this whole time. Sie sind da zweimal dem Gegner begegnet. What the fuck? Shido, no one else is around. I know, it's too quiet. Despite how early it is. Shido, this is no good. They know you're coming. All life forms around Neo Tengu Tower have vanished. They cleared it out. If that's true, we still have no choice but to go in, right? Yes, that's right. But don't let your guard down. Why is he at the base? So, now he really needs him not. He's just just useless. He has no spirits and nothing. And Origami is unabhängig from him. It's just useless, because he's at the base. He's just just a sin. Got it. Well, here goes nothing. Wait, enter from the front. Didn't you hear me? We're not here to fight. Just to protect our future. Let's try and talk to them first. Shido, ever the optimist. No matter this situation. Shido, what's that supposed to mean? Nothing, let's go. Okay. No, there can't be that a bitch slap. What the? Whoa. Were you in my dreams? Who are you? No one asked for this ending. No one asked? If only you were to con... If you were content to live in the idle contentment I created. Who... What are you talking about? Is this... Is that a spirit? I don't know, but I don't think this is our first time meeting. I am the ruler of this world, Eden. If you prefer another man, another name, call me ruler. But telling you is pointless. I will banish you. Protect territory, ignite. Very well. Let me show you how foolish you are. Get back. Laser blade. Okay. Vergessen hast du, dass du der Silber vorliest. Pointless. Oh, ich dachte, der Silber war schon verloren. What the? The enemy spirits are eating through my territory. What's wrong, Origami? Are you okay? Shiro, I can't move my body. Den, den, den. Scatter. No Übersetzung notwendig. Origami, damn it. What happened? Farewell, Shiro Itsuka. I hope for your next dream to be a happier one. D2? Lol. Ah. Ich bin sehr gut darin. Ich weiß, ich weiß. You promised me you would care for Origami. Immer voll enttäuscht an Eindruz uns mal umgebracht. Naja, okay, jetzt ist genau das gleiche, ja. Hm, interessant. Aber ja, gut, das war jetzt das, ähm, schlechte Ende. Und das heißt, jetzt sind wir mit Yoshino komplett fertig, mit Origami komplett fertig. Das heißt, das ist nicht, das kommt jetzt Toka. Und dann mal gucken, aber Rene kann man nicht. Also ich denke jetzt einfach mal, dass nach Toka ist es dann vorbei, schätze ich jetzt einfach mal. Also ich denke mal, dann kommt halt das richtige Ende. Weil ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man mit, also mit der kann man ja gar nichts machen. Die, ich glaube, die kann man auch auf den Meppen hier auswählen. Ja. Naja, gucken wir einfach mal. Sehen wir dann schon. Und ja, dann würde ich sagen, war es das. Ich bleibe einfach fürs Zusehen. Entschuldigung. Mach's kurz rein, bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Tschau, tschau, tschau.